Liebe Freunde, die heute im Bauernhaus sind. Die Klasse zusammen kommt bei uns in der Bauernstube, aber auch draussen im Garten. Und da ist ein aktiver Dammbuhr dabei, der erklärt da, wie das funktioniert. Trommeln! Aus diesen Dreinen gibt es etwa mehr als 80 Grundlagen, die wir hier zusammenstellen wollen. Es ist noch die Bafelzaubelehr, das hat man im Bafelzaubelehr. Anfänger Hier ist noch eine Auge, die wir hier oben an Creek untertessen müssen. Ich werde vorne sehe, alles showcere, stuffbo tables, und dacht werden wiederer. Ch Jeepersystem